Die Corona-Test-Details-Regeln der Verordnung liegt nun vor. Sie zeigt, dass in sensiblen Settings wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kindergärten weiter unbeschränkt gratis getestet werden kann. Ansonsten gibt es monatlich 5 PCR- und 5 Antigentests. Allerdings können weitere bereits jetzt beschaffte Tests im April zusätzlich verwendet werden. Konkret legt die ziemlich schlanke Verordnung vor allem fest, in welchen Bereichen weiter ohne Einschränkungen kostenlos getestet werden kann. Es sind dies zunächst Pflegeeinrichtungen, wobei neben Bewohnern und Mitarbeitern auch Besuchern gratis der Test ermöglicht wird. Gleiches gilt für Behinderteneinrichtungen, Krankenanstalten und Kurhäuser. Von der Einschränkung ausgenommen sind auch 24-Stunden-Pflegerinnen und persönliche Assistenten von Behinderten. In Kindergärten können weiter Personal und Kinder ohne Kontingentierung getestet werden. Für die Schulen ist das Bildungsministerium zuständig. Klar ist weiters, dass symptomatische Personen kostenlos zu ihren Tests kommen. Hierfür braucht es in der Verordnung keine Änderung. Als zuständig empfindet man im Gesundheitsministerium an sich die Hotline 1450. Allerdings gibt es seitens des Bundes keine Vorgabe für die Organisationsform. Das heißt, man kann auch anderweitig die Tests symptomatischer durchführen. Wäre zum Beispiel Wien der Meinung, symptomatische Personen sollen sich am besten über alles googelt testen lassen, wäre das dort kostenlos möglich. Wer quasi Testkits schon gebunkert hat, kann diese zumindest im April noch einlösen. Allerdings nicht unbeschränkt. Zusätzlich zu den fünf neuen PCR-Testkits können noch fünf gratis ausgewertet werden, die schon davor bezogen wurden. Gesundheitsminister Johannes Rauch meinte Mittwochabend in einer Aussendung, es gilt das Testsystem in seinen Grundzügen zu erhalten, um gut auf den Herbst vorbereitet zu sein. Denn sollte eine neue Virusvariante es notwendig machen, könnte alles rasch wieder hochgefahren werden. Aktuell ist aber eine Redimensionierung des Testregimes am sinnvollsten. Tests würden nun primär dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden.